herzlich willkommen zurück zu wir haben ein spieler vergessen tag sechs in quarantäne naja quarantäne ist ja noch nicht das ist ja ein ein aussehen und das ist dann eine ausgangsbeschränkung und wir haben es immer noch nicht geschafft die ein spielern zu bekommen krass ganz zu viel zu tun so also auf geht's weiter also ich bin quasi ein wie ein maulwurf ja das sowieso ein maul waschbär augen sind offen geil ja ich kann was ihn so komisch aus hier hallo sieht aber echt komisch aus also auch jetzt los geht's was ist denn warum machen sie denn so ein bisschen verschoben ist also jetzt kopf so so sieht er sofort immer aus wenn er mal nicht gewinnt ja nein ich nicht doch ja manchmal schon so jetzt kopf für 200 wie wachs bin ich relativ amüsant das sag mal wir sind denn die steamt um fünf von fünf bei drei wohns was man drauf geht es ja sofort und von wundern drei wort am 7 märz 2020 erst mal drin gewesen zweite mal im shop vor 344 tagen 2020 so händler finde ich jetzt persönlich nicht ganz so toll ist aber doch eigentlich ein fortbewegung simon gewesen oder wie war das stand nur nicht da irgendwie sowas war da mal endlos rad für 500 wie wachs sieht ein bisschen doof aus finde ich jetzt nicht also ja er sofort jetzt auf noten noten 3,4 von 5 bei 10 am 25 märz 2019 erst mal drin 8 mal 101 wie meine es jetzt mal im shop noch drei tagen nächstes item ist so da wurde ja schon mal heiß diskutiert nie morgen vor noch nie so für 500 wie wachs tatsächlich ein mien hätte ich nicht gedacht so also auf geht's 4,06 von 5 war doch mal man kann tatsächlich mal sehen ja ich kann trotzdem schon mal vorlesen nein doch was ist denn mit deinem waschbein bei 6 und 3 schmutz am 6 und 3 schmutz 2. juli 2019 weiter geht's das wievielte mal das elbte mal 355 wie meine es was ist denn los warum was ist denn los ich gucke halt ein bisschen nach oben so ja und her sofort her sofort auf geht's jetzt weiter geht's leute wollen dass das sehen und nicht mich okay die leute wollen die bei mich sehen dass das da glieder ist ja mega beliebt 4,1 von 5 bei her sofort gehen sie mal außen ja so 48 worts 28 mal sollte aus neues und das erste mal zwölfte mal 285 so jetzt machen sie mich mal weg die leute wollen doch nicht mich sehen die wollen doch das ding da sehen kein problem ja wahnsinnig schmeckt sehr gut besser so so dann haben wir die fahrtfinderin finde ich persönlich nicht ganz so toll jetzt bin ich der pickel auf ihrer nase so das war in der dreck aber 4 2 von 5 bei her sofort muss der war eine 36 wo am 2. november 2017 zuerst mal drin ist der zinne mal 329 wie meine das ist jetzt so dann kommen wir zu dem shopper da biker lady 315 53 schwarz am 1 3 also das ist das zehnte mal 283 so jetzt solltest du wahrscheinlich die texturen mal hoch machen hat er doch die letzten hast du schon gemacht okay wild ex 300 wie was für dich persönlich nicht so ja aber nicht so das ist nicht so toll so als jetzt weil ich auch gerne frame per frame euch dieses video 3,5 von was ist denn jetzt los benutzt was ist denn? 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 was ist denn jetzt los? ich geh mal raus das ist nicht der wahl was? 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 herr sofort jetzt 3,5 von 5 bei 6 votes am 27. november 2019 ist das schon gewesen das ist fünfter mal 72 meine ist das letzte mal ein shopper? so dann kommen wir zu der wie heißt die riley glaube ich heißt der skin von dem set riley genau für 1200 wie bugs straßengespenster so 2,4,1 von 5 bei 7 votes am 27. november 2019 ist das schon gewesen 546 meine ist das letzte mal ein shopper? 32 davon jawoll so und dann sind wir da jetzt kommen wir zu den neuen items von heute was haben wir denn da? den ravenpool? nein erstmal aber den kuschelpool was haben wir denn da? was haben wir denn da? was haben wir denn da? das juckt mich nicht weil ich finde das sieht eigentlich ganz cool aus irgendwie guck mal hallo 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 ja passt ja ja rrrrrrrrrr rrrrrrrr ich kuschelpool um amor als krisenursache was? ist nicht euer ernst oder? oder hier höre ich auch umarmungen als krisen oder sache wenn ich das lese dann kommt mir das große kübel gefühl hoch okay also 15 wie wachs ja kommen jetzt zu den noten gehen weil natürlich nein nein nicht eins ich finde den den text finde ich ziemlich ja weil das ist ab sorry wir sind für umarmungen so die erste vorgleich die nehmen die für die umarmung stehen ja genau so was wird sie ihm 2,83 von ach so was wird schon geben 21 hau raus 1 nein lass uns schnick schnack schnucklen so meins und jetzt kommt bei den 2 2 1 so ein zufall ist ganz sicherlich auf dieser weg ja 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 ganz so ein bisschen nicht so und so dann haben wir den raven jetzt bin ich mal gespannt was davon kommentar steht maximale dunkelheit okay rave pool aber ich finde er sieht eigentlich ganz cool aus also muss man wirklich sagen so welchen findest du besser findest du den alten raven besser oder den hier oder findest du diesen eis raven besser haben wir ja inzwischen schon ich habe ich glaube ich habe einmal nicht wusste du hast den normalen raven du hast die frau ist reina die normalen raven habe ich auch wusste ja da ist das nein also wer ist nicht mal ansatzweise sogar ich finde den anderen viel ehrlich ja damals ich finde den ziemlich cool ich fand damals den ravens kinder herausgekommen muss habe ich mir gekauft weil er war ganz damals was ganz neues gewesen und deswegen also ich finde den schon ziemlich geil das ist ja das ist ein blieb mit dem 21 ich würde die fünf geben ich finde geil ich finde richtig geil so was wir zu ihm gehen hier meins papier und ich gebe auch papier ok dann meins wäre schere schere jetzt ist das spannend hier wir sollen uns halt auf eins einigen scheinbar ja das ist okay wir müssen uns jetzt noch eins einigen fertig weil das ist das was also das ist ja wahnsinn also was ein aber erst einigen jungs da kommen dann dann macht die macht die vier von der mann ich bin mein weg ab da ist ein fall was mit nennen es war wirklich glücklich okay drei mal sechs ab fünf bei acht und kurz und jetzt kommen wir zur bewertung des heutigen also so hart würde ich dir nicht gewöhnen ich würde tatsächlich nur mit einem hate gewöhnen wir sind hier doch 656 was 1257 und 1686 83 oder so dass ich gerne da oben da schaffst du da auch jetzt nicht ganz los ich weiß nicht alles von der stelle ich habe es nur auf deutschland schießt